Hörgeräte erfahren immer mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist ein Trend, den wir schon seit ein paar Jahren immer mehr feststellen. Und es geht sogar so weit, dass auch Hersteller von True Wireless Kopfhörern ebenfalls anfangen in den Consumer-Bereich vorzudringen mit ein, zwei Healthcare-Funktionen, wie zum Beispiel einer Hörgeräte-Verstärkung oder zum Beispiel auch einer Geräuschenderdrückung, um zum Beispiel in lauten Umgebungen das Gehör ein wenig zu schonen. Wir als Signia gehen diesen Weg von der anderen Seite. Seit drei Jahren ungefähr, seit 2018, fangen wir an von der Gegenseite nämlich Hörsysteme im Hearable Design auf den Markt zu bringen und von der Seite ein Stück weit an Innovationen zu sorgen, nämlich über das Thema Design, welches auch viele Menschen bewegt. Doch Hörgeräte und Hörsysteme und Hearables bieten heute schon sehr, sehr, sehr viel mehr. Und was das Potenzial für uns alle ist und auch welche technologischen Möglichkeiten in solchen Geräten drinstecken und auch in Zukunft vielleicht mit sich bringen, darüber spreche ich jetzt mit Frank Naumann, dem Senior Director for Global Innovations, hier bei mir im Studio. Hallo Frank, grüß dich. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hi, nimm gerne Platz. Dankeschön. Erstmal die Frage, immer ganz locker, hast du eine weite Anreise hier gehabt? Nein, in meinem Büro ist eigentlich die Straße rüber. Also ich musste nur eben rüberkommen. Sehr gut, hast du den Weg ins Studio gleich gefunden? Das habe ich gefunden. Sehr schön. Fangen wir doch mal ganz locker an und zwar immer gerne mit einer spannenden Frage. Wer bist du und was macht man in deiner Position als Senior Global Director of Innovations? Ja, vielen Dank für die Frage und guten Morgen auch an alle. Ja, was meine ich? Also ich leite die globale Innovations- und Patentabteilung, wie du mich ja auch schon vorgestellt hast. Letztendlich, ich habe verschiedene Teams, die hier an unserem Standort in Erlangen arbeiten. Ich habe zusätzlich auch noch Teams, die an unserem Standort in Dänemark arbeiten, aber wir haben auch noch einen dritten Entwicklungsstandort. Das ist unser Standort in Singapur. Mit dem arbeiten wir natürlich auch sehr eng zusammen. Inzwischen bin ich mittlerweile seit 13 Jahren hier bei Signia, also auch schon eine ganze Weile. Angefangen habe ich eigentlich hauptsächlich in dem Bereich Innovations- und Technologie-Management. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich dann auch noch die Möglichkeit, unsere Patentabteilung mit zu übernehmen und die Teams dort auch zu leiten. Ja und was macht jetzt so eine Innovationsabteilung? Also wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, dass wir Innovations- und Technologie-Roadmaps entwickeln. Das machen wir als Abteilung natürlich nicht alleine. Also wir arbeiten eng auch mit unseren Fachabteilungen zusammen. Und letztendlich ist natürlich unser Ziel, nicht nur diese Roadmaps zu entwickeln, sondern diese am Ende dann auch umgesetzt zu bekommen. Und wenn wir uns das nur mal eine Zahl zu nennen, also wir haben hier bei Signia momentan so über 70 Vorfeld, sogenannte Vorfeldprojekte parallel am Lauf. Okay, so auch. Ich kann eigentlich heute schon sagen, dass auch unsere Pipeline für die Zukunft eigentlich sehr gut gefüllt aussieht. Und an Ideen hat es uns bisher eigentlich auch noch nie gemangelt, was wir in Zukunft auch noch bringen können. Ja, was fasziniert mich eigentlich an meiner Arbeit? Und ich finde, was faszinierend ist, zum einen das Produkt. Also ich habe früher in einer komplett anderen Branche gearbeitet. Das war mir die Entwicklung von Industrieprodukten. Und als ich dann vor 13 Jahren hier gewechselt bin, ich habe es im Endeffekt keinen Tag bereut, weil ich finde, Hörgeräte nach wie vor ein faszinierendes Produkt. Die Miniaturisierung fasziniert mich. Letztendlich die Komplexität eigentlich auch, die wir in diesen klitzekleinen Geräten haben, sei es die ganze Plattformentwicklung, die ganzen Produktentwicklungen bis hin zu Software und App-Entwicklungen, was ja in den letzten Jahren auch unwahrscheinlich zugenommen hat. Vielleicht noch ganz kurz zu der Patentabteilung, was ja auch noch ein wichtiger Teil meiner Aufgabe ist. Letztendlich hier gibt es zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist letztendlich die Innovation, die wir in der Entwicklung und zusammen natürlich auch mit der Innovationsabteilung, diese Innovation uns letztendlich zu schützen, indem wir global in verschiedenen Kernmärkten dann auch entsprechende Patente anmelden. Und das zweite Thema ist dann letztendlich auch, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht bestehende Patente verletzen. Und da arbeiten wir auch sehr eng mit den Fachabteilungen zusammen, um einfach sicher zu gehen, dass die Produkte, die wir auf den Markt bringen, dass da auch alles in Ordnung ist. Ja, ich glaube, wenn wir auch mal so die letzten Grafiken mal gesehen, also die Patentanmeldung tatsächlich, die von euch unter anderem kommen, das ist ja schon eine ganz ordentliche Batterie tatsächlich. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Und es zeigt natürlich aber auch, ich sage mal, wir können am Ende als Patentanmeldung nur anmelden, was auch aus der Entwicklung kommt. Und da kommt halt auch einfach unwahrscheinlich viel an neuen Ideen und an neuen Themen. Ja, super spannend. Dazu hatten wir eben auch schon ein, zwei Gesprächsparten in den letzten Tagen hier bei uns, die mal so ein bisschen einen Einblick gegeben haben, was machen die eigentlich so den ganzen Tag und wie viele Teams arbeiten vor allem eben noch da dran. Jetzt haben wir das Wort schon ein paar Mal jetzt bei uns gehabt und darum geht es ja eben auch heute an dem Future Friday, das Thema Zukunft. Und da jetzt mal so eine, ja vielleicht mal so eine andere Frage und zwar in manchen Science Fiction Filmen und ich bin ein großer Science Fiction Fan, da sieht man ja immer mal wieder Menschen, die irgendwie sowieso so Ohrstücke oder irgendwelche Devices am Ohr haben und jetzt nicht nur mit anderen Menschen in Kontakt treten, das kennen wir heute eben auch schon, sondern teilweise eben auch zum Beispiel mit Maschinen, weiß ja, ich will jetzt keinen Magennamen nennen, aber zum Beispiel so ein Iron Man, der irgendwie mit seiner, mit seinem Computer, der irgendwie spricht. Wie realistisch ist so ein Szenario, dass wir mit solchen hier Devices, mit unserer Umwelt in Kontakt treten? Ja, gute Frage. Und also ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Science Fiction Filmen. Ich mag die Marvel Iron Man Filme auch sehr. Aber mir kommt eigentlich ein ganz anderer Film eigentlich in Gedanken und es ist persönlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Der ist ein Film von 2013, der heißt Her und ist so eine amerikanische Romantik, Science Fiction Film ist es letztendlich. Und worum es in dem Film geht, ist letztendlich, dass eigentlich die Mehrzahl der Bewohner oder der Menschen zu dem Zeitpunkt hat, eigentlich jeder hat immer so ein kleines Viewerable im Ohr oder Heerable im Ohr, was letztendlich ein eigenes Betriebssystem hat und eine eigene künstliche Intelligenz und eigentlich so eine Art persönlicher Assistent sein soll. Und ohne, dass ich jetzt hier den Film spoilern will, weil er ist wirklich sehenswert, letztendlich entwickelt sich zum Teil auch mehr, als dass es nur ein reiner digitaler Assistent ist und es endet zum Teil dann auch etwas tragisch am Ende. Aber eigentlich, wo ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, ich glaube, diese Zukunft, die ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich glaube, ich werde es noch selber erleben. Meine Kinder werden es auch erleben, dass es wahrscheinlich alltäglich sein wird, dass wir diese Art digitalen Assistenten im oder am Ohr tragen dann auch werden. Und von daher manchmal wird Science Fiction auch relativ schnell Realität. Und ich habe das dann auch mal so mit meinem persönlichen Alltag verglichen. Also wenn ich jetzt sehe, gerade durch die Einflüsse, die wir auch durch eine Corona-Pandemie haben, hat sich auch mein persönlicher Alltag geändert. Ich würde sagen, mittlerweile sitze ich beruflich auf fast 50 Prozent der Zeit mit so einem Headset vom Computer, kommuniziere mit anderen Leuten, was sich sehr stark geändert hat. Aber auch wenn man, mittlerweile sind ja auch soziale Kontakte wieder mehr möglich, wenn man mal in einem Starbucks zum Beispiel in Berlin geht. Was mir da auch auffällt, mittlerweile sitzen da auch ein Großteil der Leute mit schwarzen oder weißen Ohrstöpseln im Café. Zum Teil unterhalten die sich dann auch, die nehmen die Geräte gar nicht mehr raus, die schalten einfach in ihren Transparenzmodus, unterhalten sich. Und wenn sie fertig sind, dann schalten sie halt wieder zurück und hören sich ihren Lieblings-Podcast oder ihre Lieblingsmusik an. Ja, aus Sicht von einem Hörgerätehersteller macht mir so ein Szenario eigentlich wenig Sorgen. Also ich finde das eigentlich erstmal eine positive Entwicklung, weil ich glaube, dass diese stärkere Durchdringung auch von diesen Hearables auch dazu führen wird, dass die Akzeptanz zunehmen wird und auch die Stigmatisierung von Hörgeräten abnehmen wird. Und von daher werden sich auch Hörgeräte viel, viel mehr durchsetzen in Zukunft und wenn wir mal schauen, wir haben 15 Milliarden Ohren in der Welt. Jeder Mensch hat hoffentlich zwei Ohren. Von daher glaube ich, gibt es genug Ohren auf der Welt und es wird auch für moderne und sehr fortschrittliche medizinische Hörlösungen auch in Zukunft noch einen sehr, sehr großen Markt gehen. Ja, und ich glaube, es ist ein spannendes Feld einfach. Mit Stiletto und jetzt dem Signia Active ist man mal diesen Schritt in diese Hearable-Richtung gegangen. Jetzt das Ganze auch individuell gefertigt, wie wir es am Mittwoch jetzt vorgestellt haben. Dann lass uns das noch mal ein Stück weit runterbrechen, vielleicht zum Ausblick für die Zukunft. Du hast ja gerade schon gesagt, du siehst Trends, gerade jetzt auch für den Hörgerätemarkt. Welche Entwicklung siehst du denn vielleicht aktuell für Hearables oder eben auch Hörgeräte? Vielleicht im sozialen, vielleicht im technologischen, aber vielleicht natürlich auch für unsere Branche interessant, natürlich auch im medizinischen Aspekt. Ja, ich glaube, über die sozialen Aspekte haben wir ja eingangs auch schon ein bisschen geredet. Ich glaube, das Thema Akzeptanz wird zunehmen. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz im Bereich älterer Bevölkerungsgruppen zunehmen wird. Also das wird jetzt nicht nur so sein, dass junge Menschen irgendwie Hearables tragen und die halt auch offensichtlich tragen werden. Aus meiner Sicht geht der Trend auch schon dahin, dass heute viel mehr ältere Leute das tragen. Gerade auch das Thema Musikstreaming ist auch ein Thema, was bei älteren Leuten viel mehr Akzeptanz findet. Also ich kenne viele ältere Leute, die heute auch, ich weiß nicht, ich will keine Werbung machen, aber Spotify oder Amazon Prime hören oder auch sich Podcasts anhören. Und dann hauptsächlich halt eher zu Gesundheitsthemen, zu Reisethemen oder ganz anderen Themen auch. Hoffentlich den Signia Podcast. Genau, den natürlich auch, um an der Stelle nochmal etwas Werbung zu machen. Aber vielleicht kommen wir kurz zu dem Technik-Thema. Und ich sage mal, das ist natürlich auch ein Thema, was für mich sehr spannend ist, weil ich ja in deiner Entwicklungsabteilung auch im Innovations- und Technologiemanagement arbeite. Und was ich eigentlich so ein bisschen sehe, ich weiß nicht, ich sehe es fast so ein bisschen so wie diesen Kampf um die Vormachtstellung am Körper. Also wir haben ja viel über Hearables gesprochen, aber eigentlich gibt es ja die übergeordnete Kategorie noch, was ja eigentlich die Hearables sind. Und ich sehe halt, dass immer mehr Menschen halt auch diese Hearables am Körper tragen, sei es ein Smartphone, sei es eine Uhr, sei es ein Hearable oder auch eine Smartwatch, die sich bisher noch nicht ganz so durchgesetzt haben. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und ich glaube halt, dass jedes dieser einzelnen Geräte auch seine Berechtigung hat, am Körper zu tragen, weil es sehr spezifische Anwendungen auch dann letztendlich erfüllt und sie natürlich auch einen hohen Innovationsdruck haben, um diesen Vormachtstellung dann am Körper dann auch zu berechtigen. Und was ich halt eher noch sehe, ist, dass es halt zu einer sehr stärkeren Vernetzung dieser einzelnen Geräte noch kommen wird. Also man redet da von sogenannten Body Area Networks, sodass halt nicht jedes Gerät für sich autark getragen wird, sondern dann kommuniziert dann halt am Ende dann auch noch das Hörgerät mit dem Smartphone, mit der Smartwatch vielleicht und so weiter. Ja, was ich mir auch noch mal so ein bisschen überlegt habe, okay, was sind jetzt eigentlich so die, wovon grenzt sich eigentlich ein Hearable von einem Hörgerät ab? Das ist auch eine spannende Frage, ja. Ja, weil viele denken ja so nachdem, oh, jetzt machen jetzt die Hearables, die machen jetzt die Hörgeräte obsolet und sowas. Und das glaube ich halt an sich überhaupt nicht. Also wenn ich mir die Hearables heute angucke, klar, manche wollen so ein bisschen oder glauben, sie gehen so ein bisschen in die Richtung Hörkompensation. Aber ich glaube, dass da die Hörgeräte noch um Längen voraus sind, halt was die Kompensation eines Hörgeräts oder eines Hörverlustes auch angeht, aber auch in anderen Bereichen. Ein Hörgerät will der Kunde 16, 18, zum Teil vielleicht sogar bis zu 20 Stunden am Tag tragen, wenn er mal länger unterwegs ist oder wenn er mal reist. Die Größe ist sehr entscheidend und ich glaube, dass da die Hörgeräte noch um Jahre auf den Hearables voraus sind und wir halt auch ganz anderen Fokus setzen als die breite Masse der Hearables, die sich halt hauptsächlich dann doch auf dieses Audio Streaming fokussieren. Du hattest ja auch nochmal gefragt wegen diesem medizinischen Aspekt. Genau, der medizinische Aspekt, ja. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, weil da auch technologisch unwahrscheinlich viel passiert. Also gerade im Bereich von Sensoren. Wir sehen zahlreiche Sensoren, die mittlerweile auch technologisch so weit sind, dass man sie auch in ein Hearable oder ein Hörgerät einbauen kann. Das liegt einfach daran, dass auch bei den Sensoren eine gewisse Miniaturisierung stattgefunden haben. Also ich kann nicht einen riesen Sensoren, so ein winzig kleines Hearable oder Hörgerät einsetzen. Andere Entwicklungen sind halt auch gerade noch im Bereich Stromverbrauch, was für uns halt ein treibendes Thema ist, weil wir halt die sehr langen Laufzeiten über den Tag hinweg ermöglichen müssen. Und da haben die Sensoren auch erhebliche Vorteile gemacht oder Verbesserungen gemacht, um vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen, was man sich da für Sensoren vorstellen kann. Also ich sage mal so Bewegungssensoren oder Gyroskope. Ich würde mal sagen, mittlerweile vielleicht schon fast Standard, was die Hörgeräte angeht. Aber man kann sich da auch noch Temperatursensoren vorstellen. Es gibt viele Entwicklungen hinsichtlich den sogenannten PPG-Sensoren. Damit kann man dann Herzrate messen, damit kann man Blutdruck messen. PPG? Ja, PPG sind letztendlich optische Sensoren. Also da strahlt man letztendlich mit einer LED in durchaus verschiedenen Farben in die Haut rein, kriegt eine Reflexion. Und über diese Reflexion kann man dann zum Beispiel den Puls oder auch den Blutdruck oder bis hin dann auch zur Sauerstoffsättigung dann auch messen. Was ich eigentlich als einen spannenden Sensor finde und jetzt kann man sich fragen, es ist ein Sensor. Für mich ist es auch ein Mikrofonsensor und man kann eigentlich auch mit einem Mikrofon ganz interessante, auch von diesen sogenannten biometrischen Werten dann auch aufnehmen und dann letztendlich auch auswerten. Eine Herausforderung, die ich eigentlich noch sehe, ist mittlerweile gar nicht mehr so sehr die Technologie, also der Sensor selber oder diese Sensordaten auszuwerten. Wo ich noch eine große Herausforderung sehe und die können wir, glaube ich, als Hörgerätehersteller auch gar nicht alleine angehen, ist eigentlich diese, wie benutze ich diese biometrischen Daten eigentlich weiter? Also für mich entsteht der eigentliche Nutzen erst eigentlich, wenn ich auch verschiedene Stakeholder da miteinander vernetzen kann. Also nicht, dass ich nur als Hörgeräteträger darüber Bescheid weiß, dass ich diese Daten vielleicht auch mit meinem Arzt teilen kann, dass ich die vielleicht auch teilen kann, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, wenn ich einen Pflegedienst in Anspruch nehme oder wenn auch einfach die Eltern, die sich um den Hörgeräteträger dann vielleicht auch kümmern, dass die diese Informationen zugänglich haben. Und meiner Meinung nach, da mangelt es heute eigentlich noch an diesen übergreifenden Portalen, die einfach zu nutzen sind, die dann aber am Ende aber auch aus Datensicherheit einfach gut sind und die persönlichen Daten der Kunden auch schützen. Spannendes Feld. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, sozial, technologisch, medizinisch ja vor allem. Vielleicht ganz kurz jetzt natürlich auch für alle Zuschauer und Zuschauer, natürlich alle die, die jetzt auch im Messestand in Hannover sind. Wie siehst du denn jetzt in all dem, worüber wir jetzt gerade die 15 Minuten gesprochen haben, die Hörakustik? Also welchen Stellenwert jetzt aktuell und natürlich auch die Chancen für die Zukunft der Hörakustik? Also ich sehe eigentlich, dass wir da sehr positiv als Hörgerätehersteller in die Zukunft gucken können. Ich denke, dass wir gerade als Signia da auch sehr gut aufgestellt sind, so mit diesen Schwerpunkten, die wir uns zum Einsetzen, dass wir sagen, wir wollen uns sehr stark auf ein modernes Design auch fokussieren, auch sehr viel in Richtung Design innovieren und dann natürlich unsere generellen breiten Innovationen, die wir auch in unserer Plattformentwicklung haben. Und ich glaube, dass wir damit insgesamt sehr, sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind, neben unseren bestehenden Kundengruppen zukünftig auch immer jüngere Kundengruppen anzusprechen und dementsprechend auch die Penetration von Hörgeräten auch stärker durchzusetzen. Ja, wir haben ja vorhin auch schon so kurz über diese Differenzierung gesprochen, Hörgeräte, wie gesagt, ich sehe da eigentlich erstmal keine, dass mir das Thema Angst macht oder so. Also wie gesagt, ich schaue da eigentlich sehr positiv in diese Entwicklung. Wie gesagt, es wird aus meiner Sicht die Akzeptanz von solchen Geräten sehr stark anheben. Und letztendlich haben wir sehr, sehr starke Differenzierungsmerkmale auch zu diesen Produkten, gerade was das Thema Besseres Hören angeht. Und wie gesagt, wir können auch noch wesentlich mehr innovieren in diesen Bereichen. Und wenn ich mal auf meine 13 Jahre, die ich mittlerweile in der Branche zurückblicke, wir haben immer neue Innovationen gebracht. Wir konnten das immer noch weiter verbessern, unsere Systeme. Wenn ich da auch mal so ein bisschen in die Zukunft schaue, ich glaube, ein großes Thema ist auch noch dieses Ganze, wir technisch gesprochen, reden wir da von Neuromorphen Processing. Also letztendlich das Prozessieren über sogenannte Deep Neural Networks, also neuronale Netzwerke, das ist letztendlich so etwas, dass ich eine ähnliche Prozessierung meiner Daten mache, wie es letztendlich ein menschliches Gehirn auch machen würde über entsprechende Neuronen und Verknüpfungen dann auch zu einer Art Netzwerk. Und ich glaube, wenn wir mal zurückschauen, in Mitte der 90er Jahre, da haben wir eigentlich erst den Schritt von rein analogen Hörgeräten zu digitalen Hörgeräten gemacht. Und ich glaube, wir stehen eigentlich kurz davor, dass wir diesen Entwicklungsschritt von diesen digitalen Hörgeräten zu Neuromorphen Hörgeräten machen. Und ich glaube, das wird auch nochmal einen unwahrscheinlichen Schritt nach vorne geben, was letztendlich die Leistungsfähigkeit unserer Hörgeräte angeht. Und von daher, ich glaube, wir haben noch viele spannende Themen vor uns. Und ich glaube, letztendlich mit diesen kleinen Hightech-Geräten, die wir unseren Kunden ans Ohr geben können, dass wir da noch viel, viel mehr machen können. Ja, vielen Dank, Frank. Ja, und liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, ich glaube, wir haben Ihnen mal so einen kleinen Eindruck mal vermittelt, was tatsächlich technologisch aktuell möglich ist. Und in Zukunft auch möglich sein wird und welche Potenziale für uns alle in der Hörakustik da vielleicht auch drinstecken. Wir gehen jetzt in eine Werbepause und um 11.15 Uhr geht es weiter mit Sascha Haag und dann auch ein sehr spannendes Thema für die Zukunft. Denn es geht nämlich um den Bereich E-Health, wie man das Ganze dann vielleicht auch für die Zukunft auch mit Ihren Kundinnen und Kunden digital vernetzt. Und es geht unter anderem um den Stand der sogenannten teleaudiologischen Anwendungen für die Zukunft. Von daher, bleiben Sie dran und bis später wieder. Einen lieben Gruß nach Hannover. Wiedersehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017